Hallo! Habt ihr euch auch schon immer mal gefragt, was so eine Farb-Typ-Beratung ist? Hey, psst, kommt mal her! Ich hab da jetzt jemanden gefunden, die macht das mal so ein bisschen anders, lustiger, moderner. Ja, und die erzählt uns jetzt hier, was über Nicht-Typen, kalte und warme Farbtypen, was ich für ein Farbtyp bin, was sie für ein Farbtyp ist. Ja, und am Schluss wissen wir alle, was wir für Farbtypen sind. Na, wie findet ihr das?